Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem heutigen Update-Video. Es bleibt sehr, sehr spannend. Leute, ich würde euch nur raten, unbedingt dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Was ist, wenn ich euch sage, dass wir jetzt gerade vor einer sehr, sehr wichtigen Hürde stehen, aber wenn wir diese Hürde erst einmal hinter uns haben, dass wir einen explosiven Preisanstieg in unserem Bitcoin-Chart erleben werden. Ich werde ganz genau und detailliert über all diese Informationen, die ich jetzt gerade aus dem Bitcoin-Chart entnehmen kann, in diesem Video sprechen. Leute, aber nicht nur das. Außerdem wird es in diesem Video ein sehr wichtiges Update zu meinem aktuell noch laufenden Trade geben. Ich hatte ja gestern bereits 25% von diesem Trade geschlossen. Auch heute habe ich ein neues Update dazu. Also, wie gesagt, unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Und Leute, tut mir bitte den Gefallen. Lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. Somit würdet ihr mich extrem unterstützen und somit könntet ihr euch weiterhin sicher gehen, dass ihr jeden Tag, immer dann, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert, von mir up to date gehalten werdet. Vielen Dank Leute und wir starten nun direkt mit unserem sehr, sehr spannenden Bitcoin-Einstunden-Chart. Da hatte ich ja bereits vor einigen Minuten in meiner Telegram-Gruppe gepostet, dass sich hier gerade in diesem Bereich ein sehr, sehr wichtiges bzw. ein potenziell wichtiges Pattern entwickelt, welches kurz nach oben gewickt ist. Allerdings ist der Preis schnell wieder abverkauft worden und wir haben uns erneut in diesem Ascending Triangle befunden. Aber das Gleiche ist auch noch einmal andersherum passiert. Und zwar sind wir hier kurz drunter gewickt, aber so wie es aussieht, hat es Bitcoin auch diesmal geschafft, erneut in dieses Ascending Triangle reinzufinden. Es bleibt weiterhin spannend. Die Frage jetzt aktuell ist, ob wir weiterhin nach oben aussprechen werden oder ob es das jetzt erst einmal gewesen ist und wir damit rechnen müssen, dass wir mit dem Preis stark nach unten gehen. Leute, auch über diese Informationen werde ich in diesem Video ganz genau und detailliert sprechen. Für extrem Bullish halte ich es, dass wir hier aus diesem Ascending Rising Channel nach oben ausgebrochen sind nach einer sehr, sehr langen Zeit. Wir können hier erkennen, dass dieses Rising Channel angefangen hat, am 14. Juni bzw. am 15. Juni sich zu bilden. Wir haben uns eine sehr lange Zeit innerhalb von diesem Rising Channel befunden. Aber nachdem ich es ja bereits vorhergesagt habe, sind wir aus diesem Rising Channel nach oben ausgebrochen. Aber Leute, nicht nur das. Danach ist hier in diesem Bereich etwas sehr, sehr Interessantes und sehr, sehr Bullisches passiert. Und zwar sind wir mit dem Bitcoin-Preis erneut kurz auf diese Widerstandslinie runtergewickt, haben dort einen Support erhalten und sind erneut mit dem Bitcoin-Preis nach oben gegangen. Somit haben wir hier aus diesem Widerstand einen Support gemacht, eine extrem interessante Entwicklung in unserem Bitcoin-Tageschart. Ihr wisst ja bereits, dass der Tageschart ein sehr, sehr wichtiger Timeframe ist, um abschätzen zu können, worin wir mit dem Bitcoin-Preis gehen werden. Dies bedeutet kurz gesagt, dass unser Tageschart wichtiger ist als unser 4-Stunden-Chat, aber auch als unser 1-Stunden-Chat. Und bevor wir zu dem spannendsten Teil aus diesem Video kommen, Leute, wir haben es noch nicht geschafft, unser altes Old-Time-High zu brechen, aber wir sind auf gutem Wege dahin. Jetzt haben wir circa noch 2.000 Dollar vor uns, aber ihr wisst ja auch, dass die 2.000 Dollar sehr, sehr schnell erreicht werden können und wie hier unser altes Old-Time-High durchbrechen und ein neues Old-Time-High hier irgendwo in diesem Bereich finden. Und Leute, dies ist der wichtigste Chart meiner Meinung nach, aber auch der spannendste Teil aus diesem Video. Wenn wir hier einmal die Bullen-Märkte 2017 und unseren aktuellen Bullen-Markt vergleichen, kann ich sofort auf den ersten Blick Gemeinsamkeiten erkennen, die uns einen Hinweis darauf geben könnten, wie unser aktueller Bullen-Markt weiter verlaufen könnte. Und zwar, wenn wir das einmal direkt miteinander vergleichen, wir können hier in diesem Bereich erkennen, dass wir mit dem Bitcoin-Preis nach oben gegangen sind, bis zu unserem 100%igen FIP-Level. Aber dort haben wir eine Rejection erfahren und sind erneut mit dem Bitcoin-Preis nach unten gegangen, bis zu unserem untersten FIP-Level bzw. bis zu unserem letzten FIP-Level. Dort haben wir einen Support gefunden und erneut ging es nach oben mit dem Bitcoin-Preis bis ungefähr hier zu unserem FIP-Level 0.618. Auch in diesem Fall haben wir eine Rejection erfahren, sind erneut runtergegangen, bis wir hier an dieser Stelle einen Support finden konnten und bei dem zweiten Versuch haben wir es dann geschafft, dieses FIP-Level 0.618 hier in diesem Bereich hinter uns zu lassen bzw. zu durchbrechen. Was wir danach erkennen können, ist ein starker Preisanstieg gewesen, aber zwischendurch haben wir hier noch eine kleine Rejection erfahren. Das bedeutet, der eigentliche sehr, sehr starke Preisanstieg ist passiert, nachdem wir unser vorangegangenes Old-Time-High hier in diesem Bereich hinter uns gelassen haben. Und nun Leute, auch hier sind wir hochgegangen mit dem Bitcoin-Preis bis zu unserem 100%igen FIP-Level, haben dort eine Rejection erfahren, sind runtergegangen mit dem Bitcoin-Preis bis zu unserem untersten FIP-Level. Anschließend ging es erneut hoch bis zu unserem FIP-Level 0.618. Erneut eine Rejection runtergegangen, bis wir einen Support finden konnten. Bei dem zweiten Versuch haben wir es dann geschafft, dieses FIP-Level 0.618 zu durchbrechen. Was wir theoretisch nun erwarten können, ist ein sehr, sehr starker Preisanstieg. Insbesondere nicht jetzt, nachdem wir unser FIP-Level 0.618 durchbrochen haben, sondern wenn wir es hier schaffen, unser altes Old-Time-High, was aktuell noch besteht, hinter uns zu lassen. Das heißt, wenn wir mit dem Bitcoin-Preis über die 64.900 Dollar ausbrechen können, können wir davon ausgehen, dass wir einen sehr, sehr starken Preisanstieg, wie hier in diesem Bereich, erleben werden. Und ich werde euch natürlich weiterhin up-to-date halten über meine verschiedenen Social Media Channels. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen. Und außerdem hättet ihr die zusätzliche Möglichkeit, durch meine Social Media Channels euch selbst immer und immer up-to-date zu halten. Aber nicht nur das. Außerdem wüsstet ihr immer, wenn ich neue Trades setze, oder diese Trades dann letztendlich wieder schließe. Vielen Dank Leute und noch ein kleines Update zu meinem aktuell noch laufenden Trade, bevor ich dieses Video beende. Ich befinde mich jetzt aktuell mit ungefähr 527.000 Dollar im Profit. In meinem gestrigen Video hatte ich ja bereits ungefähr 25% Profite genommen. Aber nicht, weil ich Angst davor habe, dass ich irgendwie liquidiert werden könnte oder sonst was. Da mein Entry-Preis sehr, sehr weit unten ist. Leute, ich habe diese Profite genommen, weil es meiner Meinung nach Zeit wurde, Profite zu nehmen. Und auch euch kann ich dasselbe empfehlen. Setzt euch die Ziele vorher, wo ihr Profite nehmen wollt, oder wo ihr den Trade komplett schließen werdet und haltet diese Ziele ein. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert. Und außerdem könnt ihr euch sicher sein, dass ihr stets von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.